Moin zusammen und willkommen zurück bei Draw, der Turm. Wir haben letztes Mal dieses Treppenhaus hier freigeschaltet. Also wir haben das Rätsel in der Eingangshalle gelöst. Und ja, gucken wir uns jetzt mal, wohin der Weg uns treibt. Ein schönes Hämmerchen, das ist immer gut. Hier haben wir keine Notiz, wie es scheint. Da ist eine Notiz. Tagebucheintrag der Medizinmann. Zauberstab, Federn, Perlen, Holzstab, Schmetterlinge und Libellen und andere Kleinigkeiten. Ich wollte schon immer einen echten Medizinmann sehen. Franklin meint, so etwas gäbe es nicht, doch ich glaube an Magie und Zauberei. Vielleicht verstecke ich noch ein paar Schrumpfköpfe im Bild. Das wird ein Spaß, Iris. Schrumpfköpfe. Alles klar. Mal eben schnell das Klischee erfüllt. So, was haben wir denn hier? Da ist ein, da ist der Medizinmann. Können wir da schreien? Ich würde mich gerne erstmal ein bisschen... Alter. Ich möchte mich erstmal umsehen, bevor wir hier eben weiter gehen. Guck mal, mehr Notizen. Iris loves Baum. Oh, steht sie vor einem Baum riesen? Sieht ganz so aus. Lieber Franklin, ich bin wegen des aufziehenden Umwetters besorgt. Ich habe mich schon vor dem Donner gefürchtet. Vielleicht aufgrund dieser Nacht vor langer Zeit. Doch, ich weiß, du bist... Wissen... Was? Doch, ich weiß, dass du mich immer beschützen wirst. Danke, Iris. P.S. Denk an die Theatervorstellung. Ich habe hart an den Charakteren gearbeitet. Cool. Hier können wir eine Spiegelscheibe... Hart, die Sterne können wir auch mitnehmen. Ja. Da kommt noch ein Stern runter. Wo kam das denn her? Steine, Sterne und Fensterscheibe. Ein Unterhosselber. Ah, da ist noch mehr. Hier haben wir einen, da haben wir einen. Äh... Die Kerze können wir mitnehmen. Okay... Hier ist... Oh, hey. Da ist sie ja. Die Iris-Fensterscheibe. Ah, ne. Das war zum Mitnehmen gedacht. Ihre Hände sind beweglich. So, als könnte man sie öffnen. Mit dem Hammer? Nein. Gut, also für den Augenblick geht's hier... Den würde ich gerne mitnehmen. Geht das irgendwie? Was haben wir denn? Mit dem Messer können wir es da raus... Ne. Äh, blaue Distel auch nicht. Okay, für den Augenblick... Keine Ahnung. Gut, hier haben wir noch ein Bildchen, was das zu bedeuten hat. Weiß ich noch nicht. Wir gehen in das Bild zu... Äh. Hoppla, kabumm. Jetzt verbirgt der fließende Sand den Schlüssel zum Gemälde. Was? Die Wand weist einen Riss auf. Ja, können wir die Warte öffnen? Können wir. Da ist noch so ein Dings. Ein Stück Leinwand fehlt noch. Was war das? Blau? Äh. Na toll. Sand aus dem Gemälde bedeckt den Boden. Ja, es kann wirklich, wirklich werden. Hier ist nichts vergraben. Ne. Ja, ich möchte den Sand auch zusammenkehren. Das war so meine Idee. Okay, wir brauchen wohl... Warte mal, hier ist... Oh. Das war aber eben noch nicht da. Zeichnung des Medizinmanns. Was hat das so bedeuten? Ach, das ist bestimmt eins von diesen Rätseln, wo man diese Teile hin und her schieben muss. Ein Pfeil in einem Rahmen. Gut. Also schön. Medizinmann. Nein, das geht nicht. Die Kerze. Auch nicht. So. Äh. Ne? Schnitzmesser? Warum kommt da immer noch der Sand heraus? Ein Stück der Leinwand fehlt noch. Okay. Müssen wir vielleicht die... Kann das sein, dass die da drauf gelegt werden müssen? Ne. Nein. Hey, wieder weg damit. Zack, 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 zack. Okay. Klemme das Klebeband mit dem auch nicht. Also gut. Gut. Da ist eine große Fünze mit Wasser. Mhm. Haben wir denn einen Lappen, Bruder, so dass wir das mal aufwischen können? Nein. Doch, nein. Natürlich, da ist ja ein Lappen. Jetzt ist es ein nasser Lappen. So, und jetzt? Oh, das Fenster leuchtet. Ah, hallo. Mehrere Teile des Fensters scheinen zu fehlen. Ach, ich ahne, worauf das hinausläuft. Ach so, man muss es erst mal ablegen. Man kann es nicht direkt platzieren. So. 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 Und so. Große Frage. Doch, das waren alle. Äh. Ach, das ist Schande. Man kann es auch noch drehen. Also gut. Sagen wir mal, das kommt da hin. Ähm. Ne, glaube ich nicht, dass es richtig ist. Ich denke eher so. Da kommt der da hin. Und wenn der hier hin käme, könnte das da hin kommen. Raste das ein. Muss reichen. Ich fürchte, wir haben noch nicht alle Teile. Ach ne, es muss ja auch diesen Pfeil ergeben, ne? Warte, lass mich nochmal eben gucken. Das ist der Pfeil. Die beiden großen Dreiecke hier. Und der Rest muss da hin zeigen. Okay. Gut. Ich hab schon wieder vergessen. Ne, hab ich nicht. Alles gut. Okay. Also weg, weg. Die beiden. Hallo. Das hätte ich auch einfach haben können. So, oder nee, Freunde, wenn wir das haben. Ne, das kann ja nicht sein. Zeig doch mal. Ach so. Ach so. Ja. Ja. Wäre auch fast noch. So ein Dreieck. Da, da, da. Dreieck. Ja, nee, wir wollen aber nicht überspringen. Ah. Ah. Guck mal. Jetzt zeig dir das auch an. Du hast ja gar nicht mehr. Ja. 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 Lح���. Na. So. Hallo. Werkzeuge und Zutaten für Zaubereien. Ein Keramiktopf. War hier vor der Explosion nicht ein Medizinmann zu sehen? War es! Ich würde mich allerdings gerne erstmal ein wenig umtkommen. Ein Keramiktopf. Ein steinerer Topf und ein leuchtender Magischer Topf... Äh, ne. Masken und Schrumpfkropfe sind auf dem Regal. Ihhh. Ihhh. Mach hier mal sauber. Gut, geht's noch irgendwo anders hin? Nö. Nur Zeug. Ein Pfad für tief in den Dschungel. Ja, aha. Also gut. Herr Mediziner, ihr Auftritt. Kuckuck. Was war denn das? Der Tugenspiel verrückt. Mein Zauberstab ist weg. Mein Kessel ist kalt. Ich spüre mächtige Magie im Turm. Nö? Du bist nur ein nackiger Mann hinter einer Maske. Alter. Zieh dir mal was an. Das hier ist ein... Ah, hallo? Das hier ist ein Family-Friendly-Kanal. Da will ich keine nackigen Menschen sehen. Feuerholz ist rings um den Kessel. Oh, Geschichte. Wir können Feuer machen. Haben wir etwas zum Feuer machen? Na, guck. Oh, war das so, war das so. Was? Hm. Ich danke dir dafür. Doch ein guter Kessel nützt mir nicht viel ohne einen Zauberstab. Den ich für den Kessel brauche. Nicht wahr? Ja, da gehen wir suchen. Ach, schau, wir machen das. Sturmkopf. Drei von uns liegen auf dem Regal. Was? Drei von uns liegen auf dem Regal. Doch zwei fehlen noch. Kannst du mir helfen? Ja, jetzt fällt da ein Stückchen runter. Moin. Ein magischer Stab. Ein magischer Stab. Hier ist das. Ist das ein Zauberstab? Ne, aber nicht. Ich benötige drei magische Gegenstände, um einen Zauberstab herzustellen. Federn, Perlen und einen Stab. Sie sollten sich irgendwo hier befinden. Ich wollte mit der anderen Stimme lesen, ne? Federn. Was? Jetzt hab ich... Okay. Ein Stein in der Topf. Ein Keramik-Topf. Gar kein Topf. Ein Bruder in der Kessel. Stein. Deine Kumpels haben wir noch nicht gefunden. Will da noch was runter? Ne. So, was hast du? Federn? Äh. Ärger-Mammer steht da. Ja, ein Bruder in der Kessel. Kann ich das kaputt machen? Oh. Ich hoffe, ja. Tschö. So, Teil eines Netzes. Hier mit den anderen Teil eines Netzes. Oh. Jetzt können wir tatsächlich die Schmetterlinge anfangen. So. Schrumpfkopf. Und noch ein Schrumpfkopf. Na Jungs, was habt ihr denn für meine Geschichte zu erzählen? Puh, danke. Gönne. Das kann ich nicht lesen. Gerne. Und? An diesen Köpfen fehlt noch etwas. Hä? Warum? Ja, was denn? Fünf. Fünf. Ach so. Zähne. Was? Ich kann nichts hören, was du nicht hören, was du sagst. Und Ohren. Sicher, sicher, sicher. Zähne und Ohren. So, was brauchst du nochmal, Sweetie? Ohne Zauberstelle, du bist schwer zaubernd. Ja, äh, okay, gut. Was brauchst du da für Federn? Und was war das andere? Hallo? Äh, 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 Federn, Perlen und ein Stab. Gut, also den Stab haben wir schon mal. Nichts passiert. Müssen wir die aus der anderen Welt holen? Wahrscheinlich, ne? Oder wir finden die Ohren. Äh. So. Da, 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 da. Was hat er denn da eigentlich hinter sich? Äh, nix, nix, nix. Können wir hier irgendwo drauf klicken? Werkzeuge und Zutaten. Ja, da sollte sich doch was passendes finden lassen, oder nicht? Muss ich den Stabdorf ausanwenden? Nö. Ein Brun in einer Kessel. Kann ich in den Brun oder in Kessel? Ne, nix passiert. Ein Pfad für tief in den Dschungel. Da würde ich zu gern mal hingehen. Ah, okay. So. Was machen wir da? Okay. Was können wir hier noch machen? Werkzeug, Zaubererei. Was ist das hier? Ein Pfad. Richtig, richtig richtig. Ich hab das Gefühl, inzwischen alles angeklickt zu haben. Es leuchtet mit magischer Kraft. Ne? Okay. Ist das denn irgendwo hier bei euch? Ich... Ja, ich kann nichts hören. Ja. Okay. Also ich habe den Verdacht, wir müssen dazu... Zur Fahrt zurück. Und... Federn brauchen wir. Okay, alles klar. Gut. Also... Und zu mir? Ne, gibt's noch keine Dinge. Nein. Nein! Was machst du? Ja, ladet die Einflusshalle. Das machst du großartig. Hier brauchen wir jetzt aber nix. Wir wollen zur Fahrt zurück. Okay. Gotcha. So. Wahrscheinlich müssen wir dann auch hierher kommen, um irgendwelche Kräuterlies... ...zu sammeln. Ähm... Hallo. So, ich würde jetzt gerne erstmal versuchen... Ne. Mit Cache irgendwas zu cachen. Echt? Das hat tatsächlich alles funktioniert. Ist ja irre. So. Hi! Du... Hast nicht zufällig eine Idee, wo ich Federn herbekomme? Ja. Zutaten. So. Aber ich brauche... Nicht das, sondern ich hätte gerne eine Feder. Da ist eine Nuss. Das ist kein Mädchen. Da unten ist noch eine Häusrecke. Klasse. Entschuldigung. Keine Häusrecke. Was haben wir denn hier? Aarmbatt-Schnitzwässer? Die blaue Distel? Tja. Okay. Hm. Also gut. Zurück. Das wird schon für den Augenblick erstmal alles sein, ne? Kannst du uns hier noch helfen? Moin. Das Feuer in Lodatel. Ist ja irre. Okay. Nun wieder hoch. So, hier. Das kennen wir schon. Hier könnten wir eine Kerze in die Hand drücken. Ne? Okay. Zurück. Und ab ins Bild. Das wird nur ein Rechnern-Uhr. Armes Pupput. So. Also gut. Können wir da schon irgendwas von reinschmeißen? Ne. Das hat irgendwie nix mit Ohren zu tun, ne? Achso. Äh. Das hat gar nix mit Ohren zu tun. Können wir sie dir ausstechen? Ne. Das war... Nein. Entschuldigung. Dies will auch nicht schicker Ohren zu bringen. Gut. Hab ich alles... Hab ich alles gemacht? Hier kommt nix weiter. Und... Gegenstände, die für Magie genutzt werden... Sicher, 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 sicher. Werkzeiten, Zeuge zum Tag. Ich hab keine Ahnung, wo es weitergeht. Ein Pfad führt in den Dschungel. Müssen wir denn in den Dschungel hinein? Das hätte schon was für sich, ne? Oh. Hey. Hi, Jungs. Hi. Was geht ab? Entschuldigung. Falsche Stimme. So. Okay. Ähm. Hier haben wir alles. Äh. Tja. Werkzeuge und Zutaten. Erzähl nochmal. Was grummen? Ohne Zauberstaben. Ja. Kümmer dich. Ja. Dann nimm doch schon mal den Stab. Ich benötige die drei Mägen. Federn, Perlen und einen Stab. Sie sollten sich hier irgendwo befinden. Ähm. Schade. Scheint aber nicht so. Masken und Schraubköpfe an Werkzeuge Zutaten. Ich hätte jetzt gesagt, das ist hier irgendwo. Alter. Ich glaub, das schneid ich später raus. Das gibt's ja nicht. Das war sogar richtig. So. So. Zurück eben. In der Farbe. Auf die Farbe. Oh. Was ist das denn hier? Da hat's aber einen kleinen Fehler gegeben, hm? Oh. Hast du das gesehen? Die Hälfte einer Sonnenblume. Was ist denn Ding? Pull the strap to... Stimmt fast nicht. Okay, so Entschuldigung, das hat jetzt ein bisschen gedauert, das war jetzt sehr blöd, das Spiel hat mir die Entscheidung abgenommen und hat ein paar Grafikfehler eingebaut. Ich habe das jetzt alles gerade nochmal neu gestartet und jetzt hoffe ich, dass das besser geht. Folgendes, in dem anderen Bild war ein Fehler, hier ist noch ein Fehler drin gewesen, nämlich, wir können uns diesen Bereich jetzt genauer ansehen. Kleinigkeiten. So, sind Blattdiestel und Sonneblube vorbereitet, wird das Rezept hier unterbreitet. Blattdiestel. Blattdiestel. Äh, Blatt. Ach so, ich muss ja mal Blatt. Ne, ich muss ja erstmal zerstoßen. Cool. So, das Blattdiestel. Blattdiestel und Sonneblüme. Oh, echt? Alle einzeln? Cool. Rezept. Eine kleine Ampulle im Regal. Darauf das folgende Pulver in der Farbe der Nacht. Mittig die zerschnittenen Blätter. Was? Kleine Ampulle. Okay. Folgendes Pulver in der Farbe der Nacht. Das wird dann das blaue sein, ne? Von der Diestel. Mittig die zerschnittene Blätter. Dann die Blume des Lichts in all ihrer Pracht. Okay. Alles klar. Wir nehmen eine Ampulle. Zack, 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 zack. Das Rezept muss genau gefolgt werden. Dieser Trank ist falsch vorbereitet. Okay, erzähl nochmal. Eine kleine Ampulle im Regal. Darauf folgt das Pulver in der Farbe der Nacht. Mittig die zerschnittenen Blätter und dann blüht das Blättchen. Eine kleine Ampulle. Aber man kann auch noch mehrere Ampullen auswählen. Okay. Welche hättest du dann? Okay. So. Ach, die Ampulle hab ich für... Shit. Ist das so? Ist das jetzt... Ist das egal? Oh, verdammt. Das ist es. Alter! Darf ich mal kurz festhalten, dass es hier ein Bug ist? Hallo? Hier haben wir voll den Bug. Er sagte, erst die Ampulle und dann das Pulver der Nacht. Tatsächlich ist es aber erst das Pulver der Nacht und dann die Ampulle. Ach, übrigens, die grüne war's. Der Medizinmann nimmt das Gebräu so vorbereitet. Der Wachstumstrauenbetrank wird von Maglip begleitet. Das ist schön. Aber der hat noch gar keinen Zungenstab. Und? Hör mal, Heinrich. Ich weiß deine Größfügigkeit zu schätzen, aber ich benötige das im Moment wirklich nicht. Aha. Ach, klar. Ein Brunner Kessel. So. An diesen Köpfen fehlt noch etwas. Sicher, sicher, sicher. Können wir den Wachstumstrank verwenden? Nö. War nur so eine Idee. Okay. Ich schätze, im Moment können wir dann hier nicht mehr tun, ne? Gehen wir mal wieder zurück. So, hier ist noch nichts zerrissen. Das war jetzt zu leicht. Dann ist da bestimmt das Gebiss, natürlich. Selbstverständlich. Oh, Spiegel. Alter. So. Gebiss. Klar. Ah, du hast mich zum zweiten Mal gerettet. Ich habe diese magischen Perlen im Kersten gefunden und sie gehöre dir. Jo, 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 mein Ohr. Alles, was ich dir zum Tag abbiegen konnte, ist diese magische Feder. Gerne. Aber das ist doch cool. Damit haben wir doch alles zusammen. Den Zauberstab zu erstellen. Okay, gut. Hör mal, du Früchtchen. Ich habe jetzt alles beisammen. Ja. Was? Achso. Ich denke, du bist der Zauber. Wo muss ich alles platzieren? Alter. Okay. So. Und? Freust du dir? Mächtige Magie ist hier im Werk. Ich kann dir bei deiner Aufgabe helfen, wenn du mit die Distel das Platz, die so ein Blut, den Schmetterling, die Liebe und die Biene bringst. Du findest die Orte an einem anderen Ort. Echt? Echt? Du benötigst noch immer? Was? Ja, nix. So. Da hast du deinen dämlichen Wachstum. Echt? Jetzt nur damit das... Wir haben uns so viel Mühe gegeben, das vorzubereiten. Ja? Und jetzt gibst du das da einfach in die Brühe? Das glaube ich ja gar nicht. Boah. Die Biene. Der Schmetter. Das hast du großartig gemacht. Den Schmetterling. Na? Uh. Und die Libelle. Die sind doch jetzt nicht tot, oder? Der Wachstumstronken muss nun an Stärke gewinnen. Es wird einige Zeit brauchen. Nimm einst mal in dieses Herz. Du wirst es benötigen, um die oberen Stockwerke zu erreichen. Oh, das ist so freundlich. Danke sehr. Denke daran, dass du mich aufsuchen kannst, wenn Magie von nöten lässt. Iris ist ein besonderes Mädchen und wird eines Tages über das Königreich herrschen. Du musst sie also retten. Sicher. Danke, danke, danke. Äh. Okay, hier passiert nichts. Ich hatte jetzt irgendwie erwartet bei dem Bild unten. Das ist ja dann so, ne? Also da hatten wir ja noch Dile schon gefunden. Aber hier ist jetzt wohl keines. Iris. Ach, natürlich. Wie blöd. Wie konnte ich das übersehen? Wir gelangen tiefer in den Turm hinein. Sicher. Nun, das werden wir auch machen. Da gehen wir auch auf jeden Fall hin. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Auf Wiese gehen. Macht es die Hut. Ciao. Auf Wiese gehen. Untertitelung des ZDF, 2020